Jeder von uns kennt dunkle Fantasien voller Gewalt und Horror. Ich bin nur der Mann in der Ecke mit der Kamera, der zuseht. Mr. Hitchcock, Sie sind der berühmteste Regisseur der Filmgeschichte, aber Sie sind 60 Jahre alt. Soll man nicht aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist mörderisch. Ich bekomme schon Blasen vom Zusehen. Er sucht wie ein Besessener nach seinem nächsten Projekt. Ich brauche etwas Frisches. Etwas anderes. Es war dieses Messer, das nur einen Moment später ihren Schrei abschnitt und ihren Kopf. Charmant. Doris Day sollte daraus ein Musical machen. Guten Tag. Dieses Buch, Psycho, ist teuflisch unterhaltsam. Wird es wirklich Ihr nächster Film werden? Ja, Madame, ganz nebenbei. Kosten Sie die Fingerhäppchen, das sind echte Finger. Niemand respektiert den Namen Hitchcock so wie Paramount. Doch auch ein Genie setzt manchmal auf das falsche Pferd. Das ist Mr. Hitchcocks nächster Film. Schön. Wenn Sie das Geld beschaffen. Auf welchen Namen soll ich ihn ausstellen? Und verkaufen wir dafür das gesamte Haus oder nur den Pool? Das fasziniert dich, oder? Eine Hauptdarstellerin, die in der Mitte des Films stirbt. Wie genau wollen Sie diese Duschszene drehen? Es ist nur das... Naja, ich sehe ab hier nicht gerade knabenhaft aus. Du solltest nicht bis zur Mitte des Films warten. Töte sie nach 30 Minuten. Oha. Warum lassen Sie ihn etwas so geschmuckloses tun? Regen Sie sich bitte nicht auf, Schätzchen. Es ist nur ein alberner Film. Mehr Rage! Mehr! Ich bin die Frau eines Mannes, der von Morden besessen ist. Der wird in diesem Land nicht gezeigt werden. Sie zeigen mir sofort aus, Mitte. Ich stehe unter ganz besonderem Druck bei diesem Film. Da wäre deine volle Unterstützung doch wohl das Mindeste. Wir bürgen dafür mit unserem Haus. Ich bin deine Ehefrau. Ich feiere mit dir, wenn die Kritiken gut sind. Und ich weine mit dir, wenn sie schlecht sind. Und ich bin freundlich zu den Menschen, die durch mich hindurchsehen. Als wäre ich unsichtbar, weil sie ja nur eins sehen. Das große und glorreiche Genie Alfred Hitchcock. Wie endet er? Ich habe Mutter versprochen, nichts zu verraten. Du Schuft. In dieser Aufnahme ist sie ja nackt. Ihre Brüste waren so groß, dass es schwierig war, sie nicht zu zeigen.